Sei mein Gast Die biblische Grundlagen der Gastfreundschaft ist das Thema dieses Vortrags. Und Gastfreundschaft beginnt nicht erst beim Esstisch, in unseren Familien, bei den Gästezimmern. Nein, das Thema Gastfreundschaft betrifft unsere Gemeinden, es betrifft unser Land und es betrifft unsere Politik, insbesondere angesichts der bestialischen Ereignisse vom vergangenen Samstag im Heiligen Land in Israel, am sogenannten Schicksalsdatum 7. Oktober vor 50 Jahren, als es zum Yom Kippur-Krieg kam. Ja, diese Ereignisse letzten Samstags werden auch in diesem Vortrag mit einfließen und einen ganz besonderen Aspekt auch nochmal finden, was das Thema Gastfreundschaft auch zu tun hat im Hinblick auch auf unsere Nation und darauf kommen wir nochmal am Ende des Vortrags zu sprechen. Gastfreundschaft betrifft den Umgang in unseren Gemeinden und auch die dortigen Grenzen. Ja, Gastfreundschaft betrifft unser Haus, unseren Hauskreis und unsere Familien. Und Gastfreundschaft hat ein Gebot zum einen, aber wie wir noch sehen werden, auch Grenzen. Ich möchte über diesen Vortrag einen Bibelfers stellen aus Sprüche 3, Vers 33. In Sprüche 3, Vers 33, dort schreibt der weise Salomo, Der Fluch des Herrn ist im Haus des Gottlosen, aber die Wohnung der Gerechten segnet er. Und ich möchte einsteigen jetzt in diesen Vortrag mit einer kurzen Statistik. Das ist eine Studie des Marktforschungsinstituts GfK aus dem Jahr 2017. Wir sehen hier unterschiedliche Länder im Ranking aufgelistet. Da wurden Menschen aus dieser Nationalität entsprechend gefragt, wie häufig sie Gäste bei sich einladen. Und man sieht hier, dass führend Mexiko ist. Die Deutschen empfangen zu Hause zwar auch gerne Gäste, sind aber weltweit im Vergleich eher auf den hinteren Plätzen zu finden. Bei der Studie wurden Menschen in insgesamt 17 Ländern weltweit befragt, wie oft sie eben in ihre vier Wände einladen. Und am geselligsten sind, wie schon gesagt, Mexiko, die Mexikaner. Und wir sehen, dass die Mexikaner mit 42 Prozent der Befragten gesagt haben, dass sie mindestens einmal pro Woche Gäste bei sich haben. Wie wäre es, wenn wir eine anonyme Umfrage nun in unserer Gemeinde machen würden? Eine anonyme Umfrage, wie es um die Gastfreundschaft steht. Was würdest du dabei sagen? Was könntest du dabei sagen? Drei Aspekte der Gastfreundschaft schauen wir uns jetzt in den folgenden Minuten an. Und als Gliederung sehen wir die folgenden drei Punkte. Wir schauen uns die Grundlage der biblischen Gastfreundschaft an, entdecken dann den Gewinn der biblischen Gastfreundschaft und wollen zuletzt auch nochmal auf die Grenze der biblischen Gastfreundschaft zu sprechen kommen. Die Grundlage zuerst. Wir haben vier wichtige Grundsätze, die wir jetzt hier dieser Grundlage der biblischen Gastfreundschaft zuweisen wollen, anhand der Schrift. Alle vier Grundsätze bauen aufeinander auf, fassen den biblischen Befund zusammen und bieten so eine gute Grundlage für den weiteren Diskurs. Und wir fangen an mit dem ersten Aspekt der Grundlage der biblischen Gastfreundschaft. Wir sind Pilger, Gäste, Fremdlinge auf der Erde. Das ist ein Statement, was wir in der Bibel immer wieder finden. Dass der Mensch ein Gast auf Erden ist. So schlicht und einfach diese Aussage ist, so weitreichend ist sie auch. Der hebräische Begriff, der im Alten Testament für Pilger verwendet wird, ist Gär. Buber Rosenzweig übersetzt diesen Begriff mit Gast, Sasse, ein interessanter Begriff. Viele Bibelübersetzungen verwenden den Begriff Fremdling. Aus dem theologischen Handbuch und Wörterbuch zum Alten Testament entnehmen wir allerdings Folgendes. Das Wort Gär bedeutet allerdings nicht Fremdling, wie es oft übersetzt wird. Fremde, Ausländer wohnen in der Fremde im Ausland. Haben sie sich im Land niedergelassen, so sind sie Gäste und verfügen über einen juristisch genau umrissenen Status. Daher trifft es eben auch von Buber, was er sagt damit, Gast, Sasse, für diesen Begriff Gär am besten. Und das theologische Wörterbuch schreibt weiter, es meint einen Hilfsbedürftigen, einen Schutzbefohlenen. Der Gär unterscheidet sich vom Ausländer im Allgemeinen dadurch, dass er der niedergelassene Fremde ist, der sich für eine gewisse Zeit im Land etabliert hat und dem daher ein besonderer Status zuerkannt wird. Soweit die Definition des Begriffes Gär. Und dem müssen wir jetzt etwas näher auf die Spur kommen, um den Grundsatz zu verstehen, was es bedeutet, dass wir Pilger, Gäste und Fremdlinge auf der Erde sind. Und wir müssen dorthin, wo alles begann, am Anfang der Schrift, am Anfang der Welt. Als Gott den Himmel und die Erde erschuf, setzte er den Menschen ja in den Garten Eden, so sagt es 1. Mose 1 und 2, damit er eben das Paradies verwalte. Es wurde seine Heimat im gewissen Sinne. Er durfte in den von Gott gegebenen Grenzen sich ausleben, einrichten und seine Aufgabe als Verwalter ausfüllen, als Haushalter. Ja, aber Gott setzte den Menschen in den Garten Eden, aber es kam zu einem Bruch. Und ein Autor hat das sehr treffend zusammengefasst. Gott befiehlt den Sternen am Himmel in der Schöpfung, und sie wurden, befiehlt ihnen, dass sie zu Mitternacht wachen. Und sie nehmen ihren Platz ein. Er befahl den Planeten, ihre Bahn zu finden, und sie folgten seiner Anweisung. Ja, Gott befahl den Tälern, sich zu senken und den Bergen, sich zu erheben. Und sie gehorchten in Furcht. Gott zog bei der Schöpfung eine Linie in den Sand und sagte dem Meer nicht weiterzukommen, und es neigte sich in Ehrerbietung. Und obwohl die größten Kräfte der Schöpfung unverändert gehorsam leisten, erhob und erhebt der Mensch weiterhin, am Anfang 1. Mose 3, begann es, seine winzige Faust gegen Gottes Angesicht seit dem Sündenfall. Er ist so erbärmlich wie eine Milbe, die ihren Kopf gegen eine Welt aus Granit schlägt, und so selbstzerstörerisch wie ein Mensch, der in einem Lebensenthaltungssystem hängt und das Stromkabel aus der Wand reißen will. Diese dramatischen Worte von Paul Washer beschreiben sehr gut, was dann geschah, als Gott den Menschen in den Garten Eden setzte und der Mensch sich von Gott losriss. In seiner Rebellion, während alles andere Gott gehorchte, stellte sich der Mensch mit erhobener Faust gegen Gott und riss sich los. Aber als es dann eben zu diesem Bruch kam, musste er raus aus seiner Heimat, aus dem Paradies, aus der Gegenwart Gottes. Und er wurde seitdem Elend. Elend ist ein altdeutsches Wort. Elend heißt ohne Land. Er wurde ins Elend gesandt, wurde aus dem Paradies hinausgeschickt. Der Zugang zum Paradies wurde bewacht von den heiligen Engeln, sodass kein Unbefugter hinein durfte. Und hier kommt's. Nach dem ersten Brudermord, nur ein Kapitel später. 1. Mose 4. Hier erfahren wir, dass kein fliehen muss. Und das heißt in 1. Mose 4, Vers 11-12. Und nun sah Gott über den Brudermörder kein. Und nun sollst du verflucht sein von dem Erdboden hinweg, der seinen Mund aufgetan hat, um das Blut deines Bruders von deiner Hand zu empfangen. Wenn du den Erdboden bebaust, so soll er dir künftig seinen Ertrag nicht mehr geben. Denn ruhelos und flüchtig sollst du sein auf der Erde. Hier haben wir es. Kein soll ein Flüchtling werden. Ja, er wurde zum Flüchtling, zum Fremden, weil ihn die Sünde entfremdet hatte von Menschen, aber vor allem in erster Linie von Gott. Der Mensch wurde von der Sünde entfremdet und deshalb ist jeder Mensch auf der Erde im Letzten ein Fremder, ein Flüchtling auf der Flucht. Er flieht vor Gott. Ja, er flieht vor seinen Geboten, er flieht vor seinem Wort, aber wie wir in der Bibel immer wieder lesen können, an den unterschiedlichsten Geschichten, das beste Beispiel ist wahrscheinlich Jona, wenn einer vor Gott flieht, dann endet das im Letzten vor Gott, weil man vor Gott nicht fliehen kann. Psalm 139, Vers 8 sagt, stiege ich hinauf zum Himmel, so bist du da, machte ich das Totenreich zu meinem Lage, so siehe, bist du auch da. Nirgends so stark findet die Fremdlingschaft im weiteren Verlauf der Bibel Entfaltung und Ausdruck als in der Fremdlingschaft Israels unter der Herrschaft Ägyptens. Bereits in 1. Mose 15 finden wir diese Linie der Fremdlingschaft vorgezeichnet. Und dort sagt Gott zu Abraham und verheißt ihm, du sollst mit Gewissheit wissen, dass dein Same ein Fremdling, hier haben wir es, ger, das Wort, was wir vorhin schon hatten, ein Gast sein wird in einem Land, das ihm nicht gehört und man wird sie dort zu Knecht machen und demütigen 400 Jahre lang. Wenn wir dann zum 2. Mose Buch uns wenden und den Fußspuren des Exodus folgen, dem Bericht über den Auszug aus Ägypten lauschen, dann muss es ein eiskalt den Rücken runterlaufen, wie sich Gottes Prophezeiung erfüllt hat, wie sie eintraf. Und wenn wir dann in die Kirchengeschichte schauen, und sehen, wie Gott mit seinem Volk Israel umgegangen ist, sei es, als es wieder in das Land Kanaan geführt wurde, sei es, weil es aufgrund seiner Sünde zweimal den Fluch des Exils traf. Einmal, als die Asyrer das Nordreichen führten, überfielen, als die Babylonier dann im Südreich eingriffen und es verschleppten, aber dann noch ein weiteres Mal, 70 nach Christus, als Israel durch die Römer verschleppt wurden, zerstört wurde, verstreut wurde, bis an alle Enden der Erde. Aber, wie wir Zeuge sind, seit 1948 offiziell wieder im Eretz Israel, im Land Israel wohnt und wieder ein sogenanntes Heimatland gefunden hat. Der Sachverhalt der Pilgerschaft, der Fremdlingschaft, der Flüchtlinge finden wir nicht nur im Alten Testament, wir finden das im Neuen Testament ebenso. Hebräer 13, Vers 14a sagt, denn wir haben hier keine bleibende Stadt. Wir sind Fremdlinge, wir sind Gäste auf der Erde. Wir kommen auf diesen Vers später nochmal zu sprechen. Und wir haben hier im Übrigen ein griechisches Wort, das gleiche griechische Wort, Fremdling. In 1. Petrus 2, Vers 11. In 1. Petrus 2, Vers 11 sagt Petrus zu seinen Empfängern, Geliebte, ich ermahne euch als Gäste und Fremdlinge. Gäste und Fremdlinge. Und hier haben wir dasselbe Wort, das in Apostelgeschichte 7, Vers 6, Stephanus einmal verwendet, um dann auch eben auf diese Fremdlingschaft, auf diese Gastschaft Israels zu referenzieren, als sie nach Ägypten dann auch verschleppt wurden. Der Hebräerbrief führt in Hebräer 11 eine ganze Latte von Glaubenszeugen an, die alle Fremdlinge gewesen sind. Gäste auf dieser Erde. Weil sie wussten, dass sie auf dieser Erde keine Heimat haben. Keine bleibende Stadt. Und das muss man sich an dieser Stelle mal zu Gemüte führen. Hebräer 11, Vers 13 bis 16. Diese alle sind im Glauben gestorben, ohne das Verheißene empfangen zu haben, sondern sie haben es nur von Ferne gesehen und waren davon überzeugt und haben es willkommen geheißen und bekannt, dass die Gäste ohne Bürgerrecht und Fremdlinge sind auf Erden. Denn die solches Sagen geben damit zu erkennen, dass sie ein Vaterland suchen. Vaterland ist ein Unwort zur heutigen Zeit geworden. Hier steht es. Ein Vaterland suchen und hätten sie dabei jenes im Sinn gehabt, von dem sie ausgegangen waren, so hätten sie ja Gelegenheit gehabt, zurückzukehren. Jetzt kommt's. Nun aber trachten sie, die Gläubigen, nach einem Besseren, nämlich nach einem Himmlischen. Darum schämt sich Gott ihre Nicht- ihr Gott, genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Wir kommen auf diesen Aspekt. Der bereitet, den Stadt nochmal zu sprechen. Aber hier steht, dass sie Fremdliche waren, ohne Bürgerrecht auf dieser Erde. Pilger, Gäste, Flüchtlinge. Die Frage, die ich an dieser Stelle dich fragen möchte und dir stellen möchte, ist, bist du ein Gast ein Gast und weißt du, dass du ein Fremdling hier bist, dass das hier eigentlich im Letzten nicht deine Heimat ist? Oder bist du ein Erdbewohner? Ja, ich nutze diesen Begriff ganz bewusst. Ein Erdbewohner, der sich hier eingerichtet hat, der im Letzten lebt, als gäbe es nichts anderes, als nur dieses Leben auf der Erde? Wir hatten die Tage eine Evangelisation in der Stadt und der Studenten gehabt und es war erschreckend, wie viele kluge Menschen dort umlaufen, die sowas von kurzsichtig sind, dass sie nur das Leben hier auf der Erde sehen und nicht über den Tod hinaus suchen beziehungsweise sehen, dass es danach weitergeht. Ja, der Volksmund sagt, das letzte Hemd hat keine Taschen. Aber das sammelt und hortet und kauft und besorgt man, als würde man hier in Ewigkeit leben. Ich frage dich nochmal, bist du ein Fremdling auf dieser Erde? Oder bist du ein Erdbewohner, der nur für das Hier und Jetzt lebt und arbeitet? Ja, natürlich, wenn wir eine Familie gründen, wenn wir ein Leben aufbauen, dann brauchen wir auch die Tische und Bänke dieser Zeit. Aber jeder, der Jesus Christus nachfolgt, weiß im Letzten, dass er hier in Durchgangsstation ist. Dass er hier keine bleibende Stadt hat. Und das möchte ich an dieser Stelle noch einmal uns vor Augen führen durch eine sehr interessante Auflistung, die wir hier in diesem Bild sehen. In diesem Bild sehen wir Auflistungen von Versen aus der Offenbarung. Und die Offenbarung listet hier Menschen auf, von denen gesagt wird, dass sie die Erde bewohnen, dass sie Erdbewohner sind. Da würde ich jetzt fragen, ja, wir sind doch alle Erdbewohner. Ja, ich habe gerade eben mal den Unterschied einmal vor Augen gestellt, den die Bibel macht. Die Bibel sagt, dass wir Christen im Letzten Fremdlinge hier sind, weil wir eine zukünftige Stadt Heimat suchen. Und hier in Offenbarung finden wir eine Auflistung von Menschen, über die gesagt wird, die auf der Erde wohnen und über die, weil sie es sich hier eingerichtet haben, als gäbe es nichts anderes. Einmal auch Gottes Gericht kommen wird. Und sie werden charakterisiert als die, die auf der Erde wohnen und sagen, dass sie keine Fremdlinge sind. Wehe denen, bei denen es so ist. Wie hart wird es jene treffen, denn bei denen, bei denen dann die göttliche Heimsuchung eintreffen wird und sie alles verlieren werden, was sie einmal hier auf Erden hatten, wenn das für sie alles war und auf ewig verloren sind. Deshalb geht bis zum heutigen Tag der Ruf Jesu Christi in die Lande hinaus und auch in diesem Vortrag. Jesus Christus spricht, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladenseitig will euch erquicken. An anderer Stelle sagt der Herr Jesus in Johannes 6, Vers 37, alles, alles, was mir mein Vater gibt, wird zu mir kommen und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Komm, komm zu Jesus und sei mit uns ein Fremdling hier auf der Erde, ein Gast. Psalm 119, Vers 19 sagt, ich bin ein Fremdling auf Erden, ein Gast. Und so haben es unsere Glaubensväter erfahren. Denken wir an die Bewegung der Hugenotten, die sich während der Verfolgung in Frankreich in den Wäldern treffen mussten, um Gottesdienst zu halten, weil sie keine bleibende Stadt hatten, wo sie sich versammeln durften. Denken wir noch einmal an Hebräer 11. Ich habe schon daraus etwas vorgelesen, möchte aber noch einen weiteren Abschnitt dazunehmen. Hebräer 11, Vers 36, anderen wird dort gesagt, erfuhren Spott, Geißelung, dazu Kette und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, versucht, sie erlitten den Tod durchs Schwert, sie zogen umher, in Schafspelzen, in Ziegenfällen, ja, erlitten Mangel, Bedrückung, Misshandlung. Sie, derer die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen, in Höhlen und Löchern und Löchern der Erde, da wird die Fremdlingschaft beschrieben. Paulus sagt an einer Stelle mal, dass all diejenigen, die gottesfürchtig leben, ja, Verfolgung erleiden werden, die es ernst meinen im Glauben. Davon spricht auch Hebräer 11, von denen die Fremdlinge auf der Erde sind. Und so hat auch ein weiterer Gast dieser Erde, Paul Gerhard, der schon verstorben ist und in der Heimat angekommen ist im Himmel. In folgendem Lied diese drei Strophen gedichtet, ich bin ein Gast auf Erden. Ich bin ein Gast auf Erden und hab hier keinen Stand. Der Himmel soll mir werden, das ist mein Vaterland. Hier reise ich bis zum Grabe, dort in der ewigen Ruhe ist Gottes Gnadengabe, die schließt all Arbeit zu. Er fährt weiter fort und es kommen noch drei weitere Verse. Die Herberg ist zu böse, der Trübsal ist zu viel. Ach komm, mein Gott und löse mein Herz, wenn dein Herz will. Komm, mach ein seliges Ende an meiner Wanderschaft und was mich kränkt, das wende durch deine Arm und Kraft. Ja, er wusste, was Fremdling sein bedeutet. Weiter, du aber meine Freude, sagt er, du meines Lebens Licht, du ziehst mich, wenn ich scheide, hin vor dein Angesicht ins Haus der ewigen Wonne, da ich stets freudenvoll, gleich wie die helle Sonne mit anderen leuchten soll. und dann schließt er dieses Lied von der ewigen Heimat dann zu singen und er sagt, da will ich immer wohnen und nicht nur als ein Gast bei denen, die mit Kronen du ausgeschmückt hast, da will ich herrlich singen von deinem großen Tun und frei von schnödenen Dingen in meinem Erbteil ruhen. Wir sind Gäste auf dieser Erde, der immer in der ewigen Herrlichkeit sein werden und damit kommen wir zum zweiten Aspekt, das auch eine Grundlage der biblischen Gastfreundschaft bietet. Gott ist der beste Gastgeber. Dass Gott der beste Gastgeber ist, zeigt uns keine andere Stelle so gut wie Psalm 23, der berühmte Psalm. Der Herr ist mein Hirte. Psalm 23 ist geschrieben von einem David, der selber ein Hirtenjunge war, der selber Hirte war und in diesem Psalm plötzlich zum Schaf wird und bekennt der Herr, Gott ist mein Hirte. Wir finden den Herrn hier als Hirt und als Wirt beschrieben. Ab Vers 5 und 6 finden wir Gott als Gastwirt beschrieben. Es heißt, seine Liebe und seine Gastfreiheit ist ungemein, hört nur zu. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl. Du schenkst mir voll ein und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Das sind die Charakteristikas eines echten Gastgebers. Und Gott, Gott ist der beste Gastgeber. Die Bibel lehrt durchweg, dass Gott der Geber aller guten Gaben ist, Prediger 2, 25, Wer kann essen, wer kann genießen, ohne mich? Jakobus 1, Vers 17, Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch Schatten in Folge von Wechsel. Und dann sagt Gott einmal von dieser universalen Gastfreundschaft, die er über diese bösen Erde ausübt, Matthäus 5, 45, denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Wir sehen an dieser Stelle, dass die allgemeine Gastfreundschaft Gottes allen Menschen gilt, unabhängig von ihrer Religion, von ihren Werken, von ihren Gedanken. Es ist Gottes Gnadenswerk der herrlichen Schöpfung und ja, im herrlichen Schöpfungs- und Versorgungspsalm 104 finden wir das noch einmal. Sie alle warten auf dich, dass du ihnen ihre Speise gibst zu seiner Zeit. Gott versorgt die Erde und alles, was darauf ist, denken wir nur an die Hochzeit von Kanaan, wo Jesus beim Weinen aushilft, die Speisung der 4.000, die Speisung der 5.000, wo beides mal Jesus eine Gastfreundschaft zeigt, wo er selber von sich spricht, dass er das Brot des Lebens ist in Johannes 6. Aber da gibt es jetzt noch etwas, das zu Gottes Gastfreiheit gehört, zu Gottes spezifischen Gastfreundschaft. Es gibt die allgemeine Gastfreundschaft, dass es Gott regnen lässt über Böse und Gut, aber jetzt gibt es die spezifische, die Graziaga Spezial ist, die spezielle Gnade, die Gott nur denen gibt, die Jesus Christus glauben, und zwar Jesus allein. Die Jesus als ihren Herrn allein anerkennen und erkannt haben, dass Jesus am Kreuz für sie ihr Leben gelassen hat. für ihre Schuld gestorben ist und die so sich vor ihm gebeugt haben. Zu genau diesen sagt Jesus in Johannes 14, Vers 2 bis 3, was übrigens im Kontext kurz vor seiner Kreuzigung ist, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Jesus spricht hier als Wirt. als Gast, Herr, als Gastgeber, wer eine ewige Heimat für uns hat, wo wir nicht einfach nur Gast sein werden, sondern aufgenommen werden und wirklich eine Heimat haben dürfen. Er sagt, er bereitet all denen, die an Jesus Christus glauben, eine ewige Herberge, das himmlische Jerusalem, die Stadt, die Gott uns bereitet hat. Das Schöne ist, ist, dass Christus uns Pilgern an dieser Stelle einen Blick jenseits des Todes gibt. Nein, zu Hause uns erwartet und zu Hause bedeutet, dass wir erwartet werden, dass wir zu Hause sein dürfen, wo er der Hausherr ist und uns, die wir hier Gäste sind, aufnimmt in Ewigkeit. Was ist das für ein Gott? Wenn wir diesen Gott angehören, dann will aber jetzt auch diese Gastfreundschaft auf uns abfärben. Und bevor wir jetzt zu diesem nächsten Aspekt der Grundlage der Gastfreundschaft kommen, möchte ich sagen, dass das ein Teil der Jüngerschaft ist. Matthäus 28 sagt, Jesus lehrt sie, halten alles, was ich euch geboten habe. Dazu gehört auch Gastfreundschaft. Und das ist ein dritter Grundstein der Grundlage. Gast geben, weil Jesus sich für uns gegeben hat. Also kurz gesagt, wir können, wir sollen in der Jüngerschaft Gas geben, indem wir Gas geben, weil Jesus sich für uns gegeben hat. Wir sollen das ausüben. Es ist ein Gebot auf, kommen wir noch zu sprechen. Und die eigentliche Grundlage der Gastfreundschaft liegt eben in dem Ausspruch, was Jesus außerhalb der Evangelium uns hat überliefern lassen von sich. Und zwar in Apostelgeschichte 20, 35, wo Jesus zitiert wird, dass er gesagt hat, Geben ist glückseliger als Nehmen. Jesus hat es nicht nur gesagt, er hat es gelebt. Es ist ein Charakterzug eines Jüngers, dass er in seinem Leben Jesus ähnlicher werden will. Und so sich und auch durch das Geben entsprechend dadurch auszeichnet, dass er Jesus nachahmt. Paulus schreibt deshalb in Galater 22, Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich habe, jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich Schurken hingegeben hat. Schurken habe ich jetzt hinzugefügt, aber das sagt Paulus an anderer Stelle, dass er der größte der Sünder war. Und ihn hat Jesus gefunden und deshalb sagt er, lebt er jetzt nicht mehr für sich selbst, sondern für Christus. Und die Folge des selbstlosen Opfers Jesu, der aus Liebe am Kreuz für uns Sünder gestorben ist, als wir noch Feinde waren und uns den Zugang in den Himmel ermöglicht hat, ist eine Aufgabe und Hingabe von uns selbst an diesen Herrn. Weil Jesus sich für uns gegeben hat, sagt Johannes in 1. Johannes 3, Vers 16 und 17. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Auch wir sind es schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Im darauf folgenden Vers schreibt Johannes, wer aber die Güter dieser Welt hat und seinen Bruder Notleiden sieht und sein Herz vor ihm verschließt, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Das ist ein ganz praktischer Vers, den uns Johannes in 1. Johannes 3, Vers 16 und 17 vor Augen führt. Und damit sind wir bei den eigentlichen Aussagen der Bibel über Gastfreundschaft angekommen. Wir stehen dabei beim vierten Grundsatz, der Grundlage der biblischen Gastfreundschaft. Gastfreundschaft ist Gebot und nicht Option. Es geht hier nicht als eine Option, die man machen kann, wenn man möchte, wenn man Christ ist, sondern es ist ein Gebot der Bibel. Ich möchte es aufzeigen an unterschiedlichen Stellen. In 1. Timotheus 3, Vers 2 und Titus 1, Vers 8 wird ganz klassisch gesagt, dass es ein Charakterzug von vielen für Ältesten ist, dass sie gastfrei sein sollen, dass sie gastfreundlich sein sollen. 1. Petrus 4, Vers 9 sagt, dass wir gegenüber gegeneinander gastfreundlich sein sollen, ohne Murren. ohne Murren. Und wir erfahren in den neutestamentlichen Briefen, dass Lydia, Philemon und Nymphas und viele andere eine ganze Gemeinde in ihrem Haus aufnahmen beziehungsweise ihre Räumlichkeiten ihnen zur Verfügung gestellt haben als Ausdruck ihrer Gastfreundschaft. Und jetzt kommen wir dem näher, dem Gebot. Hebräer 13, Vers 2 einem universalen Gebot. Hier steht, dass wir die Gastfreundschaft nicht vernachlässigen sollen. Das heißt, es kann offensichtlich sein, dass manch einer sich sagt, weißt du, ist ja nicht so wichtig. Aus diesem Grund schreibt der Hebräer Briefschreiber. Und er sagt, wir sollen sie nicht vernachlässigen. Wir sollen sie ernst nehmen. Nichts da. Und jetzt kommt das eigentliche Gebot. Römer 12, Vers 13, wo es explizit an alle Heiligen heißt, nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen übt willig Gastfreundschaft. Das Gegenteil von willig sein ist Murren. Und während Hebräer 13, 2 sagt, vernachlässigt nicht die Gastfreundschaft, sagt Römer 12, Vers 13, übt willig Gastfreundschaft. Galater 6, Vers 10 sagt, so lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Und hier ein paar praktische und erklärende Anmerkungen dazu. Zur Gastfreundschaft der damaligen Zeit, wir haben es im letzten auch schon aus Psalm 23 genommen, gehören unterschiedliche Aspekte. Das Essen natürlich. Von anderen Stellen wissen wir ja auch Füße waschen. Man würde heute vielleicht eher sagen, das Anbieten von Hausschuhen oder eine Unterkunft über Nacht anbieten. Schutz vor Feinden. Gespräche führen. Zeit haben. sich Zeit nehmen. Gastfreundschaft ist dabei nicht an die Wohlhabenden allein gerichtet, sondern an alle. Und Gastfreundschaft betrifft mehr das Herz als unseren Haushalt oder die Größe unserer Wohnung. Ich brauche nicht unbedingt erst ein Haus zu haben, um Leute beherbergen zu können oder einladen zu können. Ich kann auch jemanden mal zu einem Kaffee oder zu einem Tee, zu einer Bäckerei oder ins Bistro der Gemeinde einladen und mit ihm ein Gespräch führen, ohne dass ich viel Geld aufweisen muss. Und im Übrigen, wo wir in einer Zeit leben, wo es weit verbreitet viele Hotels gibt, diese Hotels heben biblische Gastfreundschaft ebenso wenig auf, wie Corona es aufgehoben hat. In Römer 12, Vers 13 heißt es, übt willig Gastfreundschaft. Wir können Gastfreundschaft zeigen, indem wir nach der Jugendstunde, nach der Bibelstunde, auch am Sonntag Zeit aufbringen, um mit den Besuchern Zeit zu verbringen. Es ist ja so, dass nach dem Gottesdienst eigentlich eine wunderbare Möglichkeit ist, um mit Gästen ins Gespräch zu kommen, um einzuladen, um mit ihnen Zeit zu verbringen. Das ist eine von vielen Möglichkeiten. Du kannst gastfrei sein, indem du jemand dein Fahrrad ausleihst. Wenn es jemand gestohlen wurde, dann kannst du ihm es ausleihen, dass er für seine Arbeit etwas hat, solange er noch nichts mehr selber kaufen kann. Oder indem du jemand mal dein Auto ausleihst oder andere Dinge. Das sind auch Aspekte rein materieller Natur an dieser Stelle der Gastfreundschaft. Gastfreundschaft muss trainiert werden, weil es uns von Natur aus nicht so klassisch anliegt, weil der natürliche Mensch nur sich um sich selbst dreht. Aber wenn einer zu Jesus Christus gefunden hat, gerne auch teilen möchte, freigebig sein möchte. Ja, es kostet Zeit, Geld, Nerven, aber es ist ein Gebot und es ist es wert. Weil Gott uns gedient hat, weil Gott uns an und aufgenommen hat und versorgt hier auf dieser Erde, sollen wir uns auch auf den Nächsten kümmern. Und schau, das war auch das Kennzeichen der frühen Christen. Wir erfahren aus der Kirchengeschichte, dass die ersten Christen in der Zeit der Verfolgung teilweise gar nichts hatten und dann doch auf das Essen, das wenige, was sie noch hatten, verzichteten, gefastet haben, damit sie jemand anderen aufnehmen konnten und ihn versorgen konnten, wie selbstlos. Apostelgeschichte 2, 42, das spricht nicht vom Kommunismus, aber das spricht davon, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Sie teilten miteinander. Der Bibellehrer John MacArthur schreibt in seinem Kommentar über den ersten Timotheusbrief über die Gastfreundschaft, Verfolgung, Armut, Weisen, Witwen und reisende Christen machten Gastfreundschaft zu etwas ungeheuer Wichtigem. In der Zeit des Neuen Testamentes es gab keine Hotels oder Motels und die Herbergen waren für ihre bösen Umtriebe berüchtigt. Sie waren oft nur Bordelle oder Orte, an denen Reisende beraubt oder verprügelt wurden. William Barclay schrieb dazu, In der Antike waren Gasthäuser grundsätzlich böse. In einem Theaterstück des Aristophanes fragt Herakles seine Gefährten, wo sie die Nacht verbringen wollen. Die Antwort war, wo am wenigsten Flöhe sind. Plato beschreibt den Wirt einer Herberge wie einen Piraten, der seine Gäste als Lösegeld gefangen hält. Gasthäuser waren meistens schmutzig und teuer und darüber hinaus von Grund auf unmoralisch. Das gibt uns ein Bild der damaligen Zeit. Aber Gott hat dieses Gebot auch uns heute gegeben und im Nahen Osten war und ist es bis zum heutigen Tag eines der wichtigsten Gebote der Gesellschaft, Gastfreundschaft zu üben. Ich möchte an dieser Stelle auf zwei Bücher verweisen, auf die ich jetzt nicht näher eingehen kann, aber die ich sehr empfehlen möchte. Links einmal die Pilgerreise zur himmlischen Stadt Zion von John Bunyan im Meisterwerk geschrieben, was biblische Wahrheiten verdeutlicht. Und daneben finden wir eine Version für Kinder, die jetzt erst seit kurzem herausgekommen ist, kleine Pilger auf großen Reise. Das sind zwei Themen, die sich auch mit der Pilgerschaft beschäftigen und sehr ermutigend sind und ich sehr zum Lesen empfehlen möchte. Von diesem Aspekt, der durchaus etwas länger gebraucht hat, kommen wir jetzt zum zweiten Aspekt, was wir über Gastfreundschaft wissen sollten. Die Grundlage haben wir gesehen. Wir kommen jetzt zum Gewinn. Was ist der Gewinn? Es gibt Vielzahl an Möglichkeiten, warum Gastfreundschaft ein Segen sein kann, der uns auch wiederum zum Gewinn wird. Allein weil Jesus schon gesagt hat, Glückseliger ist geben als nehmen. Es ist eine Seligpreisung. Wir sind gesegnet, wenn wir so handeln. 3. Johannes 1, Vers 8 sagt darüber hinaus, so sind wir nun verpflichtet, solche aufzunehmen, das heißt die Diener Gottes, damit wir Mitarbeiter der Wahrheit werden. Mitarbeiter der Wahrheit. Wenn wir willig Gastfreundschaft üben, dann sagt 3. Johannes 1, Vers 8, dass wir Mitarbeiter der Wahrheit werden. Und Jesus selbst sagt, dass wenn wir von anderen aufgenommen werden, dass im letzten ihm selbst dieser Dienst getan wird. Matthäus 10, 40 sagt, wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf und wer mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Interessant wird diese Stelle vor allem auch nochmal, wenn wir dann Matthäus 25 aufschlagen, wo das zukünftige Gericht beschrieben wird, das eines Tages eintreffen wird. Jesus selbst spricht an dieser Stelle von sich als dem Richter, wenn er wiederkommt, oder Retter. Nur diese zwei Möglichkeiten gibt es. Matthäus 25, Vers 34 bis 40 und er sagt, dass wenn er wiederkommt als der König, da wird er zu den Rechten etwas sagen und zu den Linken, zu den Rechten den Schafen, zu den Linken den Böcken und zu den Rechten sagt, er kommt, Herr, ihr Gesegnete meines Vaters und erbt das Reich, das euch bereitet ist seit Grundlegung der Welt. Jetzt kommt die Begründung, denn ich bin hungrig gewesen, ihr habt mich gespeist, ich bin durstig gewesen und ihr habt mich besucht, ich bin gefangen gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und dich gespeist oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremdin gesehen und haben dich beherbergt oder ohne Kleidung und haben dich bekleidet? Wann haben wir dich krank gesehen und im Gefängnis und sind zu dir gekommen? Und der König wird ihnen antworten und sagen, hier kommt's, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. In dem dauffolgenden Kontext wird das Gegenteil aufgeführt. Oder andere fragen, wann haben wir das nicht gemacht? Er muss sagen, ihr habt es nicht einem meiner gegengsten Brüder getan, also auch nicht mir. Nach dem hier geht es nicht darum, dass Gastfreundschaft Werkgerechtigkeit bedeutet. Die Bibel sagt, dass wir in den Himmel kommen allein durch Glauben, allein durch den Glauben an Jesus Christus, allein durch die Gnade, allein durch Christus, aber dass aus diesem Glauben als natürliche Folge heraus Werke entspringen und dass diese Werke im Letzten dann einen Rückschluss geben, einen Hinweis geben, uns nachfolgen in den Himmel. Es ist der Glaube, aus dem dann die Gastfreundschaft auf natürliche Folge entspringt. Und wenn Jesus hier von meinen geringsten Brüdern spricht, er meint in erster Linie diejenigen, die seinen Willen tun. Das erklärt an anderer Stelle einmal. Es meint in erster Linie seine Jünger, die Geringsten, die Jesus nachfolgen, die ihm nachfolgen und deshalb verfolgt und verlassen werden, die ihm nachfolgen, die um seines Namens Willen alles verlieren und die keine Schlagzeilen oder keine Likes oder nicht in den Medien erwähnt werden. Das sind die geringsten Brüder Jesu. Wer sie antastet, der tastet Jesus an, sagt er an dieser Stelle. Das wird vor allem deutlich vor Augen gestellt, als Saulus, die messianische Gemeinde Jesu verfolgt und Jesus ihm dann sagt, Saul, was verfolgst du mich? Was du ihm antust, das tust du auch mir an. Und ja, vom weiteren biblischen Kontext wissen wir an dieser Stelle, dass diese Aussage meiner geringsten Brüder auch eine gewisse Reflexion an unterschiedliche anderen Stellen findet. Wir wissen von 1. Mose 12, wo Gott über Abraham und über Nachkommen damit verbunden auch über Israel ausspricht und sagt, wer dich segne, den will ich auch segnen und wer dich verflucht, den will ich auch verfluchen. Und so sagt die Schrift zum Beispiel in Sacher 2, 12, für euch antastet, er tastet mein Augapfel an. Natürlich, dieses bekommt in Matthäus 25 eine besondere Konnotation besonders für die Christen, aber bezieht sich auch auf das jüdische Volk, das Gottes Augapfel ist. Es bezieht sich auch auf das, was dem jüdischen Volk angetan wurde und wird. Wir kommen noch mal darauf zu sprechen. Dieser Horizont von Matthäus 25 haben viele Wiedergeborene, Wilhelm Busch und viele andere auch, zu Zeiten jüdischer Progrome und des Holocaustes auf die Juden angewandt, indem sie sie aufnahmen, die im letzten Brüder nach dem Fleisch von Jesus Christus sind. Weil er aus den Juden kam, weil durch die Juden das Heil zu uns kam und sie zukünftig noch mal eine besondere Verheißung haben werden, wenn Jesus Christus sich dem Volk Israel offenbaren wird, sie zum Glauben an Jesus Christus finden. Berger 13 Vers 2 sagt und betont, dass eine besondere Verheißung auf der Aufnahme von Fremden liegt. Verlag lässigt nicht die Gastfreundschaft, denn durch sie haben etliche ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Gastfreundschaft ist eine liebende Herzenshaltung zu einem Fremden und Gastfreundschaft, was in Hebräer 13 genannt wird, Philonexia, ist nicht einfach nur der Bekannte, sondern meint tatsächlich wörtlich die Liebe zu jemandem, den wir gar nicht kennen, ein Fremdling, den wir aufnehmen. Und jetzt gibt es drei weitere Aspekte, die ich hier nur anreißen möchte und man kann das in Ruhe nochmal nachlesen, was für ein Gewinn es ist, Gastfreundschaft auch auszuüben. Einmal Gastfreundschaft ist eine Möglichkeit zur Seelsorge. Wir sehen das bei Jesus, als er das Frühstück bereitet hat und dieses Gespräch in Johannes 21 mit Petrus führt. Wir sehen es bei Aquila und Priscilla, die gesegnet werden, indem sie Apollos die Wahrheit näher auslegen und er insofern ein noch eifriger Jünger Jesu wird. Wir sehen es bei Jesus, als er zu Tisch sitzt. Dieser Begriff zu Tisch kommt immer wieder in den Evangelien vor, wie er mit den Zöllnern sitzt, wie er mit den Pharisäern sitzt und diskutiert, evangelisiert und Seelsorge betreibt. Und dann haben wir den zweiten Aspekt, Gastfreundschaft ist auch ein Gradmesser der Nächsten Diebe. Wir sehen das bei Abraham und Lot und nehmen einmal in einer ruhigen Minute wirklich 1. Mose 18 und 1. Mose 19 her und vergleich den Umgang von Abraham mit seinen Gästen, wie es immer wieder heißt, dass er schnell und eifrig das Essen zubereiten ließ, das Beste vom Besten herausholt und bei Lot, der mitten in Sodom wohnt und wie es über ihn heißt, wie er Gastfreundschaft übt, ja, er kümmert sich auch um seine Gäste, die kommen, aber wir finden eine durchaus unterschiedliche Gewichtung bei diesen beiden Berichten. Lukas 10, der barmherzige Samariter und wie er den Gefallenen, den Verwundeten versorgt, die Fußwaschung Johannes 13. Wir haben im dritten Aspekt noch, was ein Gewinn ist, dass es eine Kombination eben auch mit Evangelisation sein kann. Wir sehen das immer wieder, vor allem auch in der Apostelgeschichte, beim Hauptmann Cornelius, bei der Lydia, beim Kerkermeister, wie im Rahmen dieser Evangelisation, die dort gehalten wird, Menschen zum Glauben finden und es zu Tisch gebeten wird und wie die Jünger an dieser Stelle jeweils auch weiter lehren, unterweisen, indem sie aufgenommen werden und dort das Wort Gottes lehren. Aber so schön das Thema Gastfreundschaft ist, wäre dieses Thema jetzt nicht vollständig. Wenn wir uns jetzt nicht noch, nachdem wir uns die Grundzüge angeschaut haben, die Grundlage nämlich, und dann jetzt den Gewinn angeschaut haben, zum Letzten zur Grenze der Gastfreundschaft kommen. Ja, die biblische Gastfreundschaft kennt auch eine Grenze. Und das führt uns nochmal zum Eingemachten. Wir haben drei unterschiedliche Aspekte, die die Grenzen der Gastfreundschaft uns vor Augen führen. Auch das steht in der Heiligen Schrift. Mit der Grenze der Gastfreundschaft meine ich nicht jetzt die subjektiven Grenzen, wo wir sagen, das ist mir zu viel, das ist mir zu teuer, wie auch immer. Nein, das ist der ganz normale Preis der Nachfolge. Mit den Grenzen meine ich Folgendes. Zum ersten Gegenüber Irrlehre. Uns wird in 2. Johannes 1, Vers 10 bis 11 davon berichtet, dass eine Frau, das ist eine Witwe möglicherweise gewesen, eine wohlhabende Witwe, die eine Gemeinde bei sich beherbergt hat, eine Erwarnung von Johannes erhält. Und dort heißt es, wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre und was damit gemeint ist, mit dieser Lehre ist die Lehre über Christus und von Christus. Also was Christus uns gelehrt hat und auch was wir eben über Christus wissen von den Aposteln. Wenn jemand zu euch kommt und diese Christologie, diese Lehre, diese Soteriologie nicht bringt, den nehmt nicht ins Haus und grüßt ihn nicht. Denn wer ihn grüßt, macht sich seiner bösen Werke teilhaftig. Das ist ein klarer Aufruf, sich von Irrlehren abzugrenzen. Das Christentum ist kein Friedefeuer Eierkuchenverein. Das Christentum, wie wir sehen das an dieser Stelle, dass Gastfreundschaft und Nächstenliebe an dieser Stelle insofern eine Grenze zieht, wenn es um Irrlehre geht. Ich kann darauf jetzt nicht näher eingehen, habe aber darüber im zweiten Johannesbrief eine ausführliche Auslegung einer Predigt gebracht und einmal gehalten und die findet ihr unter dem Video verlinkt, wo es heißt Liebe ohne Grenzen Fragezeichen. Diesen Teil möchte ich hiermit belassen und zur weiteren Verfolgung noch einmal den Ohren empfehlen und nachzuhören. Und das betrifft unterschiedliche Gruppen und Personen. Ich kann hier nur ganz kurz darauf eingehen. Neben Johannes Hartl, der ein anderes Evangelium verkündigt, weil er katholisch ist und die Reformation und was sie neu raufgebracht hat und wiederentdeckt hat, als nichtig erklärt, als überflüssig, als unnötig. Hillsong gehört ebenso dazu. Genauso wie The Chosen oder Bethel Music, das ist alles, wenn man es im Näheren untersucht, steht dahinter Irrlehre. Wenn wir uns das vor Augen führen, dass eine säkulare Serie rausgekommen ist, die die Unmoral hinter den Kulissen von Hillsong aufdeckt, dann möchte ich nicht diese Serie empfehlen, aber ich möchte an dieser Stelle sagen, dass selbst wenn säkulare Leute das schon zutage bringen, müsste uns das heute zu denken geben, wie es sein kann, dass manche Gemeinden Hillsong hochhalten und sagen, es sind doch so biblische Texte. Aber wenn man diesen Verein näher untersucht, es gehört zum Health, Wealth und Prosperity Gospel, die ein anderes Evangelium verkündigen, an Christus vorbei. Und hier sagt Johannes, dass wir sie nicht aufnehmen sollen, das heißt, ihre Musik nicht spielen sollen, ganz klar. Gastfreundschaft hat Grenzen. Zweiter Aspekt, nicht nur die Irrlehre, sondern auch Unmoral. Wobei sich das an dieser Stelle, wenn man den Nüdersbrief zum Beispiel mal überlappt. Hillsong beispielsweise auch, wenn man sieht, was dort hinter den Kulissen geschehen ist. Übrigens, nur ganz kurz dazu noch, was die säkulare Serie aufarbeitet, eine Kirche im Abgrund, das ist die Frucht, das Problem ist die Theologie, die in dem zugrunde liegt und genau vor dem warnt Johannes. Zum zweiten Punkt, die Unmoral. Noch ein Beispiel, wo Gastfreundschaft ihre Grenzen hat und zieht. Paulus sagt, ich habe euch in dem Brief geschrieben, dass ihr keinen Umgang mit Unzüchtigen haben sollt und zwar nicht mit den Unzüchtigen dieser Welt überhaupt oder den Habsüchtigen oder Räubern oder Götzendienern, sonst müsstet ihr ja aus der Welt hinausgehen. Jetzt aber habe ich euch geschrieben, dass ihr keinen Umgang haben sollt mit jemand, der sich Bruder nennen lässt und dabei ein Unzüchtiger oder Habsüchtiger oder Götzendiener oder Lästerer, Trunkenbold oder Räuber isst. Mit einem solchen sollt ihr nicht einmal essen. Ja, diese Verse stehen auch in der Heiligen Schrift. Paulus sagt zu den Thessalonikern einmal, wir gebieten euch, 2. Timotheus 3, 6, Brüder, im Namen uns, dass ihr euch von jedem Bruder zurückzieht, der unordentlich wandelt und nicht nach der Überlieferung, die er von uns empfangen hat. Ich denke, diese Worte sind selbsterklärend. Ich möchte aber trotzdem noch einen Abschnitt vorlesen aus einem Buch, das Alexander Strauch in der kleinsten Hütte geschrieben hat, über das Thema vom Segen der Gastfreundschaft. Er sagt an dieser Stelle, dass Gastfreundschaft nicht einfach nur ein Segen hat, sondern auch eine Grenze hat. Er sagt, für manche Leute ist es undenkbar, dass ein Christ jemals irgendjemandem seine Gastfreundschaft verweigern könnte, um uns selbst und die Einheit der christlichen Gemeinschaft zu bewahren und den Menschen die Augen zu öffnen, die sich zur Sünde hinreißen lassen. Das erste Beispiel sagt er, das Verlangen würde, unsere Tür für jemanden geschlossen zu halten, finden wir in 2. Johannes 10 und 11. Dann zitiert er das, wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, so nehmt ihn nicht auf. Johannes spricht hier keine Ungläubige an, keine vertreten, vielmehr spricht er hier Irrlehrer des christlichen Glaubens an, Heretiker, die falsche Dogmen über die Person Jesu Christi verbreiten. Johannes spricht über Lehrer, die nicht diese Lehre bringen, das heißt, die Lehre über das Kommen Christi im Fleisch. Nicht nur die Gastfreundschaft sollen Christen solchen Irrlehrern verweigern, sie sollen sie nicht einmal grüßen, keinerlei Gemeinschaft oder Hilfe soll falschen Lehrern zuteil werden. Und falls das lieblos klingt, jetzt kommt's, wollen wir auf den Weisenrat des Bibellehrers James Montgomery Boyce hören, der folgende sagt, wenn an dieser Stelle die Aussage des Wortes hart scheint, kann die Ursache nur darin liegen, dass die Sorge des Johannes für Christus und seine Herrlichkeit größer ist als unsere und dass unsere sogenannte Toleranz nur eine Gleichgültigkeit der Wahrheit gegenüber ist. Und ein falsches Verständnis von echter Liebe. Christen, die ihre Häuser falschen Lehren öffnen, verhalten sich der subtilen und zerstörerischen Macht der Irrlehre gegenüber naiv. Sie verwechseln Liebe mit Sentimentalität. Sie ehren Menschen mehr als Gott. Sie loben ihre eigene Weisheit mehr als Gottes Weisheit. Und hier haben wir jetzt über die Grenzen der christlichen Gastfreundschaft gesprochen. was ich mit diesem Zitat abschließen möchte. Im Bereich der Familien und Gemeinden, der Hauskreise, der Konferenzen. Diese Grenzen werden häufig durch ein Wohlfühlchristendum vermischt, aber diese Grenzen sind zutiefst biblisch und brauchen Mauern. Wir brauchen diese Mauer zum Schutz der Gemeinde Jesu, zum Schutz der Ehre Christi. Aber nun möchte ich und muss ich an dieser Stelle noch einen letzten Aspekt der Gastfreundschaft aufgreifen und das ist ein Aspekt, der einem sehr zu Herzen geht, wenn man die Ereignisse im Nahen Osten rund um Israel und die Ereignisse hier in Deutschland verfolgt, die den Nahen Osten aber genauso Europa betreffen. Wir haben gesehen, dass Gastfreundschaft von der Bibel her meint, dass man einen Schutz Befohlenen hat, für den man verantwortlich ist, für dessen Schutz man gewährleisten muss. Deshalb trat damals Lot auch heraus als Erster, um seine Gäste zu schützen. Und an dieser Stelle hat Gastfreundschaft auch nochmal eine Grenze in diesem Aspekt der Feindschaft. Und ja, das Neue Testament lehrt in Matthäus 5, Vers 44, dass wir die Feinde lieben sollen. Im Gegensatz zum Koran lehrt Jesus Christus, dass wir für die, die uns verfluchen und verfolgen, dass wir sie segnen sollen und für sie beten sollen. Aber diese Feindesliebe ist kein Freibrief zum Selbstmord. dieser Aspekt muss an dieser Stelle benannt werden, dass es auch an dieser Stelle eine Grenze der Gastfreundschaft gibt. Wir sollen denen, die uns verfolgen, Gutes tun und die uns Feind sind. Für sie sollen wir beten und sie segnen. Was aber, wenn wir offensichtlich wissen, dass vor unserer Haustür ein Terrorist anklopft? Es ist offensichtlich, dass wir die Tür nicht öffnen würden. Wir würden sagen, das ist doch klar, aber was hat das nun hiermit zu tun? Nun, die Grenze der Gastfreundschaft gegenüber theologisch reißenden Wölfen haben wir vorhin dargelegt. Ebenso werden sie beherbergt, wie wir normalerweise, wenn jemand uns terrorisieren möchte, ein Bett anbieten. Geschweige denn Zugang geben sollten in unserer Nation. Wir haben in unserem Land Sympathisanten von ISIS, von dem islamischen Staat und ebenso zu Hauf der Terrororganisation Hamas, die finanzielle Unterstützung von unserem Staat erhalten. Es sind Aktivisten und Terroristen. Und ich möchte an dieser Stelle nur darauf verweisen, dass unsere Regierung angesichts der Bestialitäten, angesichts der zu einem Holocaust heranreichenden Ereignissen im Nahen Osten in Israel, die durch die Hamas an Juden, an Kinder, an Schwangeren, an Holocaust Überlebenden angerichtet wurden, hat die Bundesregierung das Brandenburger Tor mit dieser Israel-Flagge beleuchtet. Und ja, es ist schön, dass Deutschland sich solidarisch zeigt. Aber wo war die Solidarität, als Israel schon angemerkt hat, dass der Iran eine Atombombe entwickeln wird, als Israel angekündigt hat und davor gewarnt hat, dass die Hamas in Gaza weiterzurüstet. Wo war die Solidarität? Ich möchte auf ein Video ganz kurz hinweisen. Das ist ein Bericht aus Hamburg, 11. Oktober, kurze Zeit nachdem die Ereignisse diese Bestialität auf israelischem Boden stattgefunden hat. Am 11. Oktober wird diese Aufnahmen in unserem Land vorgezeigt. Der Steindamm heute Mittag. Was denken die Menschen hier über die Angriffe auf Israel? Kein Deutsch, keine Ahnung und lieber keine Politik. Wir stoßen zumeist auf freundliche Ablehnung. Diese Gruppe offenbar junger Araber nimmt kein Blatt vor den Mund. Die Israelis sind Barbaren, das sind Schurken, die sind einfach schlecht. Hamas gut. Israel nicht gut. Ich bin Muslim. Hamas gut. Israel nicht gut. Nicht gut. Wenn ich Sie kurz fragen, was halten Sie von den Anschlägen da in Israel? Das ist gut. Das ist sehr gut sogar. Das ist gut. Ich freue mich, dass die sowas geschafft. Sie freuen sich? Ja, ich freue mich, sehr gut. Ich habe auch gefeiert, wir haben gefeiert zu Hause. Die Terroranschläge gefeiert. Einer aus dieser Gruppe junger Männer, die nicht gefilmt werden will, sagt, jeder und sagen an dieser Stelle, dass unser Staat durch die Flüchtlingspolitik dafür zugeführt hat, dass genau diese Menschen, die einen Hass auf Israel haben, die einen Antisemitismus in das deutsche Volk hineingebracht haben, durch den radikalen Islam, der übrigens nichts anderes ist als der klassische Islam, der ursprüngliche Islam, den Mohammed auch festgehalten hat im Koran und in den Hadithen, diesen Menschen hat es unserer Regierung die offene Tür gegeben. Und diese Menschen unterstützt unsere Regierung, indem sie finanzielle Mittel auch an die Palästinenser in Gaza Streifen gebracht haben. Und es gibt eine große Diskussion, wir sehen an dieser Stelle, zunächst als das jetzt am Wochenende geschehen ist, als diese Potalität am Samstag war, hat die EU gesagt, wir stoppen die finanzielle Unterstützung, wir wollen nicht weiter die Hamas unterstützen, weil sie verstanden haben, dass die Hamas und die Palästinenser diesen Streit darüber, ob man jetzt das weiter mit deutschen Steuengeldern unterstützen soll. Wieso gibt es über so etwas Streit? In einer Nation, die sechs Millionen Juden hingerichtet haben, im Holocaust ermordet haben, wie kann das sein, dass dieses Geld diesen Menschen zukommt an dieser Stelle? Und ich möchte das nur anfügen und Folgendes dazu noch sagen, wir sind Augenzeugen von einem Progrom, der den Verbrechen im Holocaust nahekommt. Und ich habe vorhin gesagt und nur angeführt, was geschehen ist im Nahen Osten, was an diesen Menschen getan wird und dass Israel jetzt von allen Seiten angegriffen wird. Ein Albtraum für ein Volk, das durch den Holocaust gegangen ist. Das kann ich selber sagen, als einer der auch unter Holocaust überlebenden im Norden Israels tätig gewesen bin. Jesus hat in Matthäus 24 Vers 34 gesagt, dass dieses Geschlecht nicht aufhören wird. Das heißt, Israel hat eine Verheißung, die kein anderes Volk hat, dass sie noch da sein werden, wenn der Herr Jesus wiederkommen wird. Und das tröstet uns zum einen. Aber es muss in unserem Herzen etwas vor sich gehen, wenn wir merken, wie unsere Gesellschaft immer mehr von dem gleichen Geist erfüllt wird und übermannt wird, der im Dritten Reich geherrscht hat. Wir haben es eben in Hamburg gehört. Und ich möchte an dieser Stelle ganz klar noch mal sagen, dass der Islam keine Demokratie möchte. Und wenn er sagt, dass Muslime das wollen und das im letzten Sinne ernst meinen, auf kurz oder lang führt es stets zu Scharia. Es gibt genug Beispiele dafür. Und im Letzten führt der Koran auch zu einer Endlösung der Judenfrage. Ein Stichwort, was im Dritten Reich aufgekommen ist. Die Eschatologie des Islams führt dazu, dass am Schluss sie sagen, dass alle Juden von ihnen umgebracht werden. Und die Zwei-Staaten-Lösung ist übrigens nur ein Zwischenschritt zur Entlösung der Judenfrage. Und ich möchte an dieser Stelle sagen, dass unsere Nation und auch unsere Politik, das kommt her zu mir, die mühselig und beladen seid, Mantra, was in den letzten Jahren gekommen ist durch die vielen Flüchtlinge, ungefiltert, posaunt wurde. Und dadurch wir als Volk uns an dieser Stelle versündigen an dem, was auch jetzt wieder geschieht, in dem unser Land auf besten Wege ist, ähnliche Zustände geschehen wie in Israel. Da fehlt nur noch die Menschen habe eine Zeit lang unter Muslimen gelebt, im Nahen Osten, in den Golfstaaten und ich möchte, dass Jesus Christus auch ihr Retter wird. Das ist mein tiefster Wunsch. Ja, auch ist es möglich, und das hat Gott schon zuhauf bewiesen, dass Terroristen zu Jesus Christus gefunden haben. Auch für sie ist er am Kreuz gestorben. Auch für sie hat er sein Leben gelassen. Auch für sie gilt die Verheißung, dass wenn sie Buße tun und an den Glauben ewig leben werden. Aber die Heilige Schrift sagt, dass ein Staat dazu da ist, dass er die Guten belohnt und die Bösen bestraft und dass ein Staat eine Grenze ziehen muss. Vom biblischen Sinn ganz normal Grenzen hat. Das möchte ich an dieser Stelle einmal anfügen, weil das im Neuen Testament uns gesagt wird. Die Schrift sagt in Apostelgeschichte 1726, dass es Grenzen gibt, dass es Normal ist, dass es Nationen gibt, in gegen unserer Zeit, wo man das sogenannte Vaterland abschaffen möchte und am besten noch EU- oder Weltbürger sein möchte. Und während es klar ist, dass es einen Staat geben muss und auch eine Regierung wie sie auch sei, besser ist als Anarchie, sagt die Schrift, dass die Maßstäbe für eine Regierung eben diese seien, dass sie die Guten belohnen, die Bösen bestrafen und eben wie ist das jetzt in dieser Zeit geschehen, als am Samstag die Palästinenser auf die Straßen gegangen sind und mitgefeiert haben über den Judentod. Wir müssen auch sagen, dass auch unsere Politik hier Grenzen ziehen muss, weil in der Präambel des Grundgesetzes sich auf den Gott der Bibel berufen wird. Der Gott, der dort genannt ist, der Gott der Bibel und das ist im Letzten auch die Grundlage, was die Außen- und auch Innenpolitik bestimmen sollte. Ich möchte an dieser Stelle noch Folgendes anmerken. Die Bibel sagt in 5. Mose 28, 44, was eine Verheißung für Israel ist, dass wenn sie Gott gegenüber ungehorsam sind, dass Gott es so fügen, würde ich zitiere, er wird dir leihen, du aber wirst ihm nicht leihen. Er wird dir zum Haupt werden, du aber wirst zum Schwanz werden. Und ja, auch dies scheint in unserer Gesellschaft die Tendenz zu sein. Unter der Flagge auch einer grünen Politik. Keine Politik ist antisemitischer als die, den Islam Tür und Tore öffnet. Warum? Weil der Islam selber im Grunde genommen den Judenstaat vernichten möchte. Dazu gibt es genug Beispiele und genau so steht es auch im Koran, dass sie die Juden verfolgen und als Affen und Schweine bezeichnen. Ja, auch unser Land braucht Grenzen, unser Volk braucht Grenzen und insofern muss auch unsere Gastfreundschaft als Land an dieser Stelle Grenze ziehen und geht es nicht an, dass der Antisemitismus weiter unterstützt wird, der Anti-Judaismus damit weiter gefördert wird. Als Nation haben auch wir in der Gastfreundschaft Grenzen, im Hinblick auf die uns jüdischen Schutz anbefohlenen in unserem Land. In Sprüche 14 Vers 34 steht Gerechtigkeit erhöht ein Volk, die Sünde aber ist die Schande der Völker. Und an dieser Stelle kommt dieser Vortrag zum Schluss. Es ist ein hartes Thema, was ich am Schluss hier aufgreife, was aber gesagt werden muss angesichts der Dinge, die im Nahen Osten geschehen, weil es die Wahrheit ist, weil wir es Israel gegenüber schuldig sind und weil wir als Deutsche, wenn wir uns an die Seite Israels stellen wollen, das heißt nicht, dass wir alles in der Politik Israels gutheißen, Stichwort Abtreibung, aber das heißt, dass wir im Grunde genommen eine positive und solidarische und mit solidarisch meine ich an dieser Stelle befürwortende und schützende Haltung für Israel haben wollen und insofern auch für Israel beten wollen, weil uns als Gemeinde das anvertraut ist, dass wir für Israel beten, dass sie durchhalten bis zur Endzeit, dass wir dafür beten, dass sie auch Jesus Christus kennenlernen, dass wir für die messianischen Juden beten, dass sie auch ein Zeuge und ihres und ihres sein können, das sind wir Israel schuldig, weil durch sie der Messias zu uns gekommen ist und weil wir nun die Aufgabe haben, ihnen das Zeugnis von ihrem Messias zu geben, der zu uns gekommen ist, um sich auch nun ihnen zu offenbaren. Ich schließe mit dem Vers aus Sprüche 3, nachdem wir die Grundlagen den Gewinn, die Grenze gesehen haben. Ich schließe mit der Aussage, der Fluch des Herrn ist im Haus des Gottlosen. Das gilt auch für eine Nation, aber die Wohnung der Gerechten segnet er. Herr Jesus Christus, Dankeschön, dass du uns dieses Thema so vielfältig in der Bibel auch aufzeigst und dass du uns auch aufzeigst, wie wir uns als Gemeinde verhalten sollen. Gib uns ein Herz für die Fremden unter uns, für die Verlorenen, für die Einsamen, für die Verhassten, für die Verfolgten. Gib uns offene Augen auf Freigebigkeit. Herr, gib uns eine Liebe für die Feinde, dass sie doch auch dich finden mögen. Du kannst das schenken, aber Herr Jesus, wir wissen, dass du auch eines Tages Gericht üben wirst. Und wir flehen von ganzem Herzen einmal für unsere Nation, die sich bereits schon so sehr versündigt hat an deinem Volk und in unterschiedlicher Art und Weise immer wieder versündigt noch an deinem Volk. Erbarme du dich über unsere Nation, Herr. Schenke du Buße auf unsere Regierung, schenke du Buße und schenke du auch Buße auf unser Land, wo dem Antisemitismus immer mehr Raum gegeben wird, dass dort die Wahrheit und das Recht sich wieder Bahn bricht. Wirke und füge du das. Bewahre die Grenzen unserer Gemeinde, aber auch unseres Landes. Und Herr, von ganzem Herzen bitten wir dafür auch für die Grenzen Israels. Du weißt, was für ein Krieg tobt, du weißt, was für eine Bestialität dort vonstatten geht. Herr, und es bricht uns das Herz zu sehen, dass ein Volk, das so durch die Drangsalchung gegangen ist, nochmal und wieder durchgehen muss. Aber Herr, hast für dieses Volk auch eine Zukunft verheißen. Sie kommen nicht an dir, Jesus vorbei, aber du hast in deinem Wort selber gesagt, dass sie eines Tages auch dich erkennen werden. Aber Herr, schütze du das jüdische Volk. Wir bitten von tiefstem Herzen darum. Hilf, dass das jüdische jüdische Vielen Dank.